Freunde, in dem heutigen Video haben wir das richtig, richtig coole Spiel Loch in der Wand gespielt Und das Ziel in dem Spiel ist es einfach nur, durch ein Loch zu kommen Und glaubt mir, Freunde, das war wirklich gar nicht mal so einfach Deswegen, Freunde, schaut das Video unbedingt bis zum Ende Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Blocke Und jetzt viel Spaß mit dem Video Und damit geht es auch schon los Und wir haben hier das erste Loch in der Wand Moment mal, ähm, das ist doch total easy Oh Mann, ey, ich musste ja gar nichts machen, um da durchzugehen Naja, easy win, würde ich einfach mal so sagen Aber Mario, das wird nicht immer so einfach sein Vor allem, es gibt drei Teams Das rote Team, das blaue Team und das gelbe Team Und es gibt jetzt hier sogar eine Teamrunde Moment mal, ähm, hä? Was müssen die machen? Hast du eine Ahnung? Äh, nee, hä? Okay Ähm, okay, irgendwie, ja Einer hat es geschafft von den Zweien Auf jeden Fall Mario, wir machen ein Battle Wer öfter gewinnt Also, da oben gibt es ja Punkte Und ich bin in Team Gelb Und du bist in Team Blau Moment mal, Blau ist meine Lieblingsfarbe Und ich muss hier gerade mit jemandem anderen versuchen Hier das Ganze zu schaffen Okay, okay, und schaffst du es? Hä, das ist doch voll easy, Mann Natürlich schaffe ich das Na gut, okay, okay, okay Das blaue Team hat schon 20 Punkte Das rote Team erst 10 Das gelbe Team auch 10 Mal gucken, so Es geht hier jetzt weiter Ich bin hier mit Hier, oh, Moment mal Oh, 28 geteilt durch 4 Ist gleich Ähm, Moment mal Ähm, ähm Lami? Du? Neun natürlich, oder? Äh, sieben Nein Lami sieben Oh Mann, ey Okay, ich bin richtig schlecht in Mathe Es tut mir richtig leid Oh nein, wie dumm bin ich Aber, Freunde Die sind hier auf jeden Fall Mein neuen Lami-Merch Freunde Das ist kein Lami-Merch Das ist ein Lami-Banani-Merch Den gibt es ab jetzt In meiner Roblox-Gruppe In dem Shop Für 5 Baubucks Ja, da gibt es die Hose Und das T-Shirt Also schaut da unbedingt vorbei Falls ihr auch so richtig cool aussehen wollt Ich hab schon gesehen Das Mädchen hat auch schon das T-Shirt gekauft Oha Aber das sieht wirklich mega cool aus, Lami Oh ja Okay, okay, okay Moment mal Hier geht es direkt weiter Gerade hat das blaue Team gewonnen Also du und Oha Oha Er hat es geschafft, Mario Er hat es wirklich geschafft Hm Mal gucken Ob ich das gleich auch so schaffe Bei dem Level Naja Das mit dem Mathe-Level Das war jetzt nichts So, ich bin wieder dran Okay, okay Moment mal Jetzt bin ich im blauen Team Und Oha Ich muss springen Na gut Okay, okay, okay Ähm Dann würde ich einfach mal sagen Ich springe Los Yeah Ey Das war mega einfach Und ich krieg bestimmt wieder voll was schwieriges Ja, ich hoffe doch mal So, ich glaube jetzt bist du auch sogar dran Ja Moment mal Bin ich alleine im Team Oh oh Jetzt bist du dann Alleine Lami Und Oha Schwierigkeit unmöglich Ja Ja, ja Wow Wie soll ich das machen Und Kommst du da durch oder nicht Nein Loser Ey, das war wirklich unfair Ja, ich hätte es geschafft, Mario Ja, 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 ja Lami Das sagen sie alle Mhm Okay Jetzt ist sie dran Und Hä Das ist übereinfach Oha Und dann krieg ich so einen Donut Oder sowas Ja, hä Das mit dem Donut war noch viel einfacher, Mario Nein, das war mega schwer Ja, ist klar Hätte ich auch gesagt Oh man Okay, okay, okay So, wer ist jetzt dran? Welches Team? Und Ähm Das gelbe? Nee Das gelbe? Oh Nee, das blaue Team Oh, meine Teamkameradin Und Oha Auch unmöglich Schwierigkeit unmöglich Ich hatte bis jetzt noch kein so ein schweres Level Wo war ja Wird sie es schaffen Und Nein Natürlich nicht Oha Glaubst du, man kann diese Schwierigkeit überhaupt schaffen? Ich weiß es nicht Also Also Vom Naja Donut her würde ich nein sagen Hm Ich bin mal gespannt Ob das überhaupt möglich ist Hä Das ist auch voll einfach Einfach einen Handstand machen, oder? Äh Ich weiß es nicht Mal gucken Ja Schein war schon Oha Okay, okay, okay Ja Easy Na gut, na gut Ich hoffe mal Dass ich hier gleich wieder dran bin, Mann Ja, ich glaube, du solltest jetzt auf jeden Fall drankommen, oder? Ja, das hoffe ich doch mal Nein Oh, erstmal ist das gelbe Team, glaube ich, dran Okay, da bin ich mal gespannt Schwierigkeit normal Ja, okay Das ist eigentlich auch easy, oder? Das sollte man eigentlich schaffen Mhm Das ist wirklich einfach Schafft der Apfel das? Ja Er schafft es Let's go Natürlich Jetzt kommen wir zur zweiten Stufe Und zwar zu den Teamrunden Da bin ich mal gespannt Oh Zuerst das rote Team Alle zu dritt Okay, okay Okay, okay Oha Ähm Ja, jetzt bin ich mal gespannt Alle gehen auf ihre Position Du hast das Schwierigste Hä, wie will der da nach ganz oben? Hö Ey Die sind einfach zu zweit durch das Loch gegangen Und einer hat es aber nicht geschafft Ja Okay Hast du es geschafft? Ähm Hä, ich war doch gar nicht dabei, Mann Ja, aber Okay Nee, du bist jetzt dran, oder? Ja, okay Jetzt bin ich dran Und ich werde es auf jeden Fall schaffen Oha Äh Schwierigkeit schwer Okay, okay Mal gucken Warte mal Was ist tauchen? Oh, war ja Äh Das blaue Team liegt ganz hinten mit 10 Punkten nur Oh, oh Oh, jetzt bist du dran Hä? Schwierigkeit normal Hä? Das ist mega easy, Mann Ja, ich hoffe nur Das selben Team Hä, 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 hä Und ich bekomme dann ein Donut Okay Ja, und Samba Hä, 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 hä Hä, 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 hä Oh, Mann Hey, du liegst da voll cool auf dem Boden Ja, und jetzt geh ich schwimmen Hä, 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 hä Hä, hä, hä hä Okay, was ist als nächstes hier Als Aufgabe dran? Hm, das gelbe Team Oh, oh, oh Okay, okay, mal gucken Wird es schwer sein? Und Schwer Okay, 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 okay Äh, hä, hä Mal gucken, ob du da durchkommst. Ich bin gespannt. Ich hoffe. Moment. Und. Nein. Ja. Oh mein Gott. Tja. Ich glaube, du musst es nicht normal durchbringen, sondern vielleicht fliegen oder so. Keine Ahnung. Fliegen? Aber das gibt es doch gar nicht als Option. Tja, dann halt nicht. Und. Oh, warte mal. Das ist auch mega easy. Und. Oh, ja. Sie hat es geschafft. Okay, das rote Team hat damit 20 Punkte. Und die führen auch. Jetzt kommt mein blauer Team Partner. Oha, die haben schon alle den Merch. Guck mal. Wie cool. Die haben wirklich alle den Merch. Und ich habe 0 Punkte. Oha. Oh, ja. Die muss jetzt mit dem neuen Merch gewinnen. Komm schon. Enttäusch uns nicht. Mit dem Lami Banami Merch. Und. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Oha. Ja, sie hat es geschafft. Ja. Let's go. Und damit haben wir, das blaue Team, auch 20 Punkte. Sehr gut. Jetzt kommt wieder das gelbe Team. Also dein Team. Oha. Ich glaube, das wird. Oha. Und. Wird es schwer? Okay. Sie muss jetzt alles holen. Sie muss einfach gar nichts machen. Stimmt. Sie schreibt sogar easy. Oha. 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 Sie hat es geschafft. Oh mein Gott. Wie schwer. Moment mal. Hä? Das Mädchen hat das T-Shirt an, aber keine Hose. Oh mein Gott, ey. Wie sass. Ja, aber. Aber vielleicht. Ich weiß es nicht, Lami. Ja, vielleicht hatte sie keine Robux mehr für die Hose. Naja, wie auch immer. Ähm. Das ist auch mega einfach. Oh man, ey. Ich will gleich auf jeden Fall ein schweres Level. Und das werde ich dann auf jeden Fall auch schaffen, Mario. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich bekomme ja die ganze Zeit nur schwierige Level. Oh man. Moment. Jetzt kommt wieder das blaue Team. Das rote Team führt mit 30 Punkten. Und hier. Okay. Weihnachtsmann Lami. Komm schon. Er hat den Lami-Skin. Er muss es schaffen. Schwierigkeit. Normal. Komm schon. Das schaffst du mit dem Lami-Skin auf jeden Fall. Und mit dem Lami-Cape wird er da durchfliegen. Und. Ja. Hat er es geschafft? Ja. Hat er es geschafft. Let's go. Oh mein Gott. Das wird richtig knapp hier. Mit dem roten Team und das gelbe Team. Also dein Team. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ja. Ich glaube ich sollte auch nichts dazu sagen. So. Stufe 2. Teamrunden. Let's go. Okay. Als allererstes das rote Team. Ich hoffe mal. Die fällen alle. Und. Mhm. Komm schon. Das ist aber voll einfach. Ja. 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 Sie werden das schaffen. Oder? Und. Oder. Oder auch nicht. Ja. Die haben es alle geschafft. Nein. Einer hat es nicht geschafft. Einer hat es nicht geschafft. Okay. Okay. Das heißt die haben 50 Punkte. Mhm. Und wir haben 10. Und das blaue Team. Das bist du. Ja. Genau. Okay. Okay. Wir haben alle Lami-Match. Wir haben alle das Lami-Cape. Das heißt wir müssen es schaffen. Oh mein Gott. Easy. Oder? Easy. Okay. Komm schon. Oha. Einfach nur seitlich hinstellen. Komm schon Freunde. Mhm. Und. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Oder? Oh mein Gott. Nein. Lami-Dudu. Oh man. Das heißt wir haben 40 Punkte. Und das rote Team hat safe gewonnen. Oh man. Mann. Ihr könnt es auch nicht mehr schaffen. Doch. Ich zeige dir. Wir werden euch. Oh nee. Warte mal. Ihr könntet theoretisch noch 30 Punkte bekommen. Das heißt. Mhm. Äh. Und ihr schafft es alle. Oh mein Gott. Wir haben es alle geschafft. Lami. Nein. Ihr habt jetzt Gleichhand mit uns. Aber trotzdem hat das rote Team gewonnen. Aber ich will auf jeden Fall noch eine Runde spielen. Und du? Ja. Ich will auch. Das macht mega viel Spaß. Okay. Und diesmal will ich unbedingt gewinnen, Mann. Okay. Nee. Ich werde gewinnen. So. Die Teams werden jetzt ausgewählt. Und ich bin im. Moment mal. Im welchen Team bin ich? Im gelben Team. Okay. 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 Du bist jetzt im. Hä? Ah. Hier im blauen Team bist du. Okay. 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 Rot fängt an. Oh. Das ist easy. Ja. Die muss einfach nur ein bisschen tauchen, glaube ich. Und dann schafft sie das. Und sie. Ja. Sie hat es geschafft. Let's go. Oha. Oha. Die haben voll viele. Das Lami Cape fällt mir gerade auf. Ich habe auch das Lami Cape. Ja. Zeig mal. Oha. Let's go. Ja. Du brauchst auf jeden Fall auch noch den Banani Merch. Ja. Den Banani Merch will ich mir auf jeden Fall auch jetzt holen. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Lami. Ich zeig dir, wie man das macht. Okay. Guck mir ganz genau zu. Okay. 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 Ich guck dir zu. Und. Ja. Oh mein Gott. Hast du das gesehen, Lami? Respekt. Respekt. Das hast du echt gut gemacht. Jetzt ist mein Team dran. Vielleicht bin ich sogar dran. Und ja. Ich bin dran. Okay. Mal gucken. Wird es schwer oder einfach oder schwierig oder. Schwierig. Okay. Lami. Warte mal. Das sind Bananen. Und ich hab den Bananen Merch. Okay. 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 Du musst das schaffen, Lami. Natürlich schaff ich es. Was? Nein. 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 Wie soll man das denn bitte schaffen, Mann? Hä? Lami. Du bist ein Noob. Ich hab gerade unmöglich geschafft. Ach Mann. Ich bin wirklich so schlecht in dem Spiel. Ja. Aber das Spiel ist mega cool. Das ist echt mega cool. Okay. Fünf mal Dive. Warte. Warte. Warte mal. Oh oh. Vielleicht wird sie es auch nicht schaffen. Doch. Sie geht zu 15. Und ja. Sie hat es geschafft. Mano. Eben hab ich bei der Mathefrage voll gefailt. Ja. Wie kann man denn 28 geteilt durch 4 nicht wissen? Lami. Ja gut. Also hab ich gesagt. Ja gut. Das hab ich. Oh Mann. Oh Mann. Das ist auch mega easy. Moment mal. Sie ist auch in deinem Team. Das heißt es gibt Punkte für euch. Mist. Für mein Team gibt es noch keine Punkte. Sie hat es auf jeden Fall geschafft. Sehr gut. Oh Mann. Wir liegen ganz hinten wieder. Ich glaube in dem Video werden wir keine einzige Runde gewinnen, Freunde. Das ist gar nicht mal so gut. Äh ja. Aber dafür werden wir gewinnen. Also ich. Warte mal. Er ist in meinem Team. Oha. Warum bekommen wir nicht so schwere Sachen? Ich sag dir ehrlich Lami. Das ist voll einfach. Ich glaube schon. Apfel. Apfel. Das schaffst du. Ich glaube. Ich glaube Apfel hat er einfach aufgegeben. Ja er hat aufgegeben. Ich glaube ich hätte auch einfach aufgegeben. Och Mann. Okay. Lami. War das überhaupt möglich? Weil ich meine der Biss vom Dornart war ja ganz oben. Ja. Ich glaube es ist echt unmöglich. Jetzt kommt. Toll. Wieder was einfaches. Für das rote Team. Na super ey. Okay. Aber ich hoffe das rote Team das schafft es nicht. Weil ich muss gewinnen. Ja ja. Ich hoffe eher. Dass ihr beide das nicht schafft. So. Das blaue Team ist wieder dran. Also dein Team. Oh. Schwierigkeiten nochmal. wird er es schaffen. Der Weihnachtsmann Lami hier. Und er wird es schaffen. Nein. Nein. Er hat es nicht geschafft. Er ist hängen geblieben. Yeah. Oh nein. Das heißt das rote Team ist schon wieder vorne. Jedes Mal führt das rote Team. Okay. Gelbes Team. Komm schon. Ja toll. Gelb bekommt ihr ganz schwer. Ist klar. Ja. Komm schon. Wir glauben an dich. Sie heißt ich liebe Lami. Und sie hat es geschafft. Hat es geschafft. Oh mein Gott. Yeah. Let's go. Lami. Sie hat euch 10 Punkte gebracht. Ja ja. Okay. 30, 20 und 10. Oh Mann. Wir liegen aber trotzdem immer noch ganz hinten. Ja. Aber jetzt kommen noch die Teamrunden. Vielleicht schafft ihr das ja. Genau. Da können wir auch noch auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln. Mal gucken. Hoffentlich bekommen ihr was schweres. Oh. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich hoffe mal die fällen jetzt alle. Oh Gott. Schafft es nicht. Ja. Komm schon. Und die. Warte mal. Ja. Einer hat es geschafft. Ich habe es geschafft. Oha. Das heißt du kannst noch gewinnen. Nein du kannst nicht mehr gewinnen. Doch. 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 Eigentlich könnten wir gewinnen. Oder? Echt? Ich weiß nicht. Wenn wir 30 Punkte bekommen. Dann könnten wir noch. Naja. Wenigstens. Oh. Unentschieden. Na toll. Okay. Wenn ihr das nicht schafft. Dann seid ihr echt schlecht. Ähm. Ich mache einen wunderschönen Handstand. Und wir haben es alle geschafft. Oh mein Gott. Das heißt diese Runde geht zu 100% an dein Team. Mann ey. Wie unfair. Ja. Ich hatte auch den Weihnachtsmannami bei mir im Team. Wetten. Wir bekommen jetzt wieder was schweres. Ähm. Und. Was. Hä? Äh. Okay. Okay. Warte mal. Toll. Wo war die Traube? Keine Ahnung man. Hier. Hier. Nein. Mist. Oh mein Gott. Aber zwei haben es geschafft. Ja. Oh Mann. Wir sind aber trotzdem letzter. Hä? Hä? Ey. Das kann nicht sein. Nein Leute. So will ich auf jeden Fall das Video nicht beenden. Deswegen spielen wir noch eine Runde. Ich muss unbedingt eine Runde gewinnen. Das blaue Team hat gewonnen. Oh Mann. Das kann nicht sein, dass du gewonnen hast. Und ich nicht. So. Die Teams werden neu gemischt. Ich bin jetzt. Im roten Team. Ich bin im gelben Team. Im Bananenteam. Okay. Warte mal. Wer ist in meinem Team? Oh. Warte mal. Es fängt direkt mit mir an. Okay. 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 Was kommt auf mich zu? Schwierigkeit nochmal. Neun plus sechs. Okay. Easy. Das ist 15. Mhm. So. Ich weiß was. Ich mache hier sogar einen Handstand. Let's go. Okay. Sehr gut. Die ersten zehn Punkte sind safe für mein Team. Mhm. Aber lass mich mal eine Frage. Wie viel ist denn 28 geteilt durch vier? Ähm. 28 geteilt durch vier? War das nicht neun? Nein. Sieben. Sieben. Ja. Ich meine das sieben mal. Oh. Okay. Blaues Team bekommt hier wieder das Bananen Level. Sie hat auch den Bananen Merch an. Oh. Jetzt hat sie. Oh. Warte mal. Und. Äh. Oh. Okay. Die hat verloren. Oh Mann ey. Ja. Oh. Schade. Oha. Es haben immer mehr die Bananen Merch. Hier. Die hat beides. Die hat irgendwie nur das T-Shirt. Die Hose fehlt. Und das andere Mädchen hat auch noch beides vom Merch. Oh. Let's go. Freunde. Den müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Und jetzt ist Mayo dran. Toll. Das ist mega easy. Und ich bekomme natürlich das einfache. Und. Wett. Du schaffst es nicht. Oh. Ich dachte schon. Oh mein Gott. Du hast uns getrollt. Natürlich habe ich euch getrollt. Na gut. Okay. Das heißt es steht 10 zu 0 zu 10. Und jetzt ist wieder das Rose Team dran. Komm schon mein Freund. Du schaffst es. Du heißt Weihnachtman Lamy. Du hast den Lamy Skin. Du musst es schaffen. Aber irgendwie ist es so ein bisschen klein. Oder kann das sein? Ja stimmt. Das sieht so ein bisschen aus. Als würde mit einem Hammer irgendwie auf den gestampft worden sein. Oh Mann ey. Oder so ein Amboss ist auf seinen Kopf gefallen. Ja. Oder das. Ich weiß es nicht. Okay. Er hat aber auf jeden Fall die 10 Punkte geholt. Das heißt. Wir liegen jetzt in Führung. Jetzt ist das blaue Team dran. Der Apfelmann. Okay. Wird der Apfelmann es schaffen? Ja. Ich glaube wenn er das nicht schafft. Dann ist er mega schlecht. Ja. Das wird er auf jeden Fall schaffen. Ja. Ja. Und er macht noch einen Handstand. Easy. Let's go. Okay. Der Flex hier noch so. Jetzt ist dein Team dran Mario. Mhm. Bitte hol alles für uns. Oh. Warte. Wer ist dran? Wer ist dran? Und okay. Sie hat auch den Bananenmerch. Wird sie es schaffen? Oh oh. Schwierigkeit schwer. Okay. 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 Ich bin gespannt. Ich gucke von hinten zu. Warte. Ich muss sie motivieren. Du schaffst das. Nicht. Du schaffst es nicht. Und sie hat es. Was? Sie hat es geschafft. Oh. Nur wegen deiner Motivation. Natürlich. Oh Mann. Okay. Ich glaube ich muss meine Teamkameraden hier auch motivieren. Denn jetzt sind wir wieder dran. Du schaffst das. Na los. Komm schon. Oh. Warte mal. Das ist gar nicht mal so schwer. Und? Oh oh. Nein. Nein. Sie ist ein bisschen zu weit. Oh. Nein. Warum? Oh Mann. Oh Mann. Aber Lami. Schau mal. Komm mal. Dreh dich mal auf. Was? Oh. Oha. Let's go. Okay. Jetzt ist dein Team dran. Ich glaube mit dem Bananenmerch. Ja. Da wird es schwierig. Oh oh. Die zu gewinnen. Ja. Das stimmt. Let's go. Schreibe ich nochmal. Damit ich sie ein bisschen motiviere. Ich schaffe mal. Er schafft es nicht. Und er. Er schafft es nicht. Nicht? Oder? Nein. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Ja. Er ist hängen geblieben. Oha. Oh mein Gott. Das heißt. Es gibt noch eine Chance für uns. Es ist Gleichstand. Und jetzt kommen die Teamrunden. Okay. 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 Komm schon. Team Rot. Wir müssen gewinnen. Hoffentlich wird es nicht so schwer. Okay. Okay. Das könnten wir auf jeden Fall schaffen. Komm schon. So. Komm her. Wand. Hier. Und. Springen. Ja. Nein. Einer hat es nicht geschafft. Zwei haben es nicht geschafft. Bei ihm hat es auch nicht gezählt. Nein. Oh mein Gott. 30 Punkte. Komm schon. Das blaue Team. Ihr müsst alle Fällen. Hoffentlich bekommen ihr was richtig richtig schweres. Und. Nein. Das ist über easy. Oh oh. Oh nein. Von euch muss es nur einer schaffen. Und es steht dann Gleichstand. Das heißt. Wenn es zwei schaffen von euch. Dann habt ihr wieder gewonnen. Ey. Nee. Das kann so nicht enden. Oh. Okay. Ich zeige es euch. Wie es geht. Okay. Das hier ist einfach. Oder? Ja. Ich hoffe mal nicht. Mhm. Doch. Das ist einfach. Und. Go. Nein. Ja. Es hat nur einer geschafft. Ja. Das heißt. Es ist Gleichstand. Es ist Gleichstand. Ja. Das ist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Kommt jetzt noch eine Runde? Ja. Genau. Das habe ich auch gerade. Oh. Alle Teams Gleichstand. Oh Mann. Okay. Aber weißt du was Mario. Ich habe gesagt. Ich muss auf jeden Fall eine Runde gewinnen. Deswegen machen wir noch eine letzte Runde. Okay. Okay. Alles klar. Ich bin auf jeden Fall dabei. Nein. Ja. Aber das hast du schon mal geschafft Mario. Ja. Aber das war mehr Glück als verstanden. Lami. Ja. Ich hoffe mal. Und. Du hast es. Ja. Ich habe einen Hochstand gemacht. Einen Hochstand? Ja. Einen Handstand. Nee. Oh Mann. Okay. Das gibt auf jeden Fall keine Punkte für euch. Moment mal. In welchem Team bin ich? Im blauen Team. Moment mal. Das heißt doch. Ich bin jetzt dran. Oh mein Gott. Okay. Wetten. Ich bekomme was einfaches. Und. Oh. Okay. Warte mal. Ich muss mir alles merken. Apfel, Banane, Avocado, Trauben, Orange. Apfel, Avocado, Banane, Av... Nee. Warte mal. Hier. Und. Nein. Oh nein. Das war das vierte, glaube ich. Das vierte? Oh Mann ey. Oh Labi, 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 Labi. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Oder wie das heißt. Ja, du hast auch eine Avocado im Kopf, glaube ich. Aber nur der Kern. Ja, glaube ich auch. Oh Mann ey. Das heißt, wir haben auch keine Punkte bekommen und ja, das gelbe Team bekommt Punkte. Für so ein einfaches Level ist klar, die setzt sich auch noch hin. Oh Mann ey. Okay. Okay. Das gelbe Team führt bis jetzt. Jetzt ist wieder dein Team dran, oder? Ja, das rote Team. Aber wer wird... Da bin ich mal gespannt. Okay. Der Apfel. Und welches Level kommt? Äh. Toll. Okay, das ist einfach. Ich schreibe hier nochmal schnell stehen bleiben. Ja, ich hoffe mal, der bewegt sich noch. Und er hat es geschafft. Hat es geschafft, Labi. Na toll. Jetzt ist mein Team wieder dran und ich muss hier auch motivieren. Let's go, schreibe ich. Und warte mal, das ist ein einfaches Level. Die muss das schaffen. Auf jeden Fall. Die muss einfach nur einen Handstand machen. Und komm schon. Ja. Aber das war wirklich in der letzten Sekunde. Warte mal, er fragt mich hier. Labi, kannst du mir 10 Bowbugs schenken? Will das Shirt und die Hose von Banali? Klar, mein Freund. Nach dem Video bekommst du auf jeden Fall 10 Bowbugs. Oha. So, Moment mal. Ich schreibe einfach mal. Ja, klaro. So. Okay. Aber erstmal müssen wir hier weiter gucken. Okay. Das gelbe Team. Das kann von mir aus verlieren. Ja, von mir aus auch. Und er hat es aber geschafft. Mist. Oh Mann. Jetzt haben die 20 Punkte. Okay, okay, okay. Und ja, das gelbe Team. Führt da mit. Jetzt ist das rote Team wieder dran. Also deins. Komm schon. Moment mal. Hoffentlich was schweres. Ich schreibe noch verlieren. Oh mein Gott. Du schaffst das. Das schafft die niemals. Oh oh. Niemals. Und sie schreibt, okay. Ich schreibe, du schaffst das. Sie schreibt, nee. Und ziehe. Hat sie es geschafft? Nein. Oh. Natürlich nicht. Die ist am Donut hängen geblieben, weil die da abgebissen hat. Oh, du hast abgebissen. Ja, das kann auch vielleicht sein. Moment mal. Weißt du, was mir gerade einfällt? Lami Donut Merch. Lami Donut Merch? Leute, wollt ihr Lami Donut Merch? Schreibt es in die Kommentare. Das wäre richtig cool. Ich liebe Donuts. Ich liebe auch Donuts. Ich würde mir das sofort kaufen. Und er hat es geschafft. Yeah. Let's go. Oh, ich bin auch im blauen Team. Er hat also die 10 Punkte hier für mein Team geholt. Sehr, sehr gut. Okay. Dafür bekommt er auf jeden Fall die 10 Bow Bugs. Die hat er sich verdient. So, jetzt ist das gelbe Team wieder dran. Die müssen auf jeden Fall verlieren. Und die bekommen natürlich wieder was Einfaches. Was ist das denn für ein Scam? Und wir bekommen nur so richtig schwere Level. Ja, gelb bekommt nur einfache Sachen. Oh Mann, ey. Na toll, wie schwer. Oh Mann. Okay. Damit führt auf jeden Fall weiterhin das gelbe Team. Das rote Team, also dein Team, liegt ganz hinten mit 10 Punkten. Ich glaube, jetzt kommen die Teamrunden. Jetzt wird es spannend. Aber die gelben dürfen das nicht schaffen. Nee, auf gar keinen Fall. Oh oh. Jetzt seid ihr dran und... Na toll. Nicht im Ernst, oder? Doch, scheinbar schon. Toll. Ich hoffe mal, einer schafft es nicht von euch. Doch, doch, doch. Alle schaffen das. Oh mein Gott, Labi. Wir haben es alle geschafft. Oh mein Gott. Ihr führt jetzt ernsthaft mit 40 Punkten. Und wetten, wir bekommen wieder was schweres. Äh, ein Donut? Ja, das wäre zu schwer. Okay, komm schon. Komm schon. Und wir bekommen... Oh, nein, nein. Das schaffen wir niemals alle. Schwierigkeit schwer. Nein. Aber du kannst es schaffen, Labi. Ja. Und let's go. Nein. Ich war zu früh, Mann. Nein. Oh, hat es niemand geschafft? Doch, einer, oder? Nein. Nein. Niemand hat es geschafft. Oh mein Gott. Weißt du, was das heißt? Das heißt, du hast verloren. Ja, und wir sind sogar letzter. Oh mein Gott. Leute, nee. Ich will nicht mehr. Ich würde sagen, falls ihr auf jeden Fall einen zweiten Teil von diesem Spiel sehen wollt, dann müsst ihr 1000 Likes knacken. Weil sonst spiele ich dieses Spiel nie wieder. Oh Mann, ey. Und die, ja. Moment mal. Gelb hat damit gewonnen. Und du hast auch gewonnen. Oha. Haha. Ey. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Links könnt ihr jetzt das letzte Video abchecken. Und rechts könnt ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall beides getan haben. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und tschaui.